happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle leute geburtstag und herzlich willkommen ich spiele heute wieder mecharena ich probiere wettbewerb obwohl ich kann auf jeden fall wettbewerb spielen ich habe hier fünf punkte aber ich bin auch gerade aufgestiegen in der liga dann habe ich 15 punkte also ich spiele wettbewerb viel spaß ok die erste runde geht los ich hab mein handy zur seite ist nur am piepen gerade hier kriegt tausende nachrichten ich nehme den ja obwohl ich das stand ich muss mit ein speer habe ich die quest haha schnell wieder hier rein rein warte bis ich aufgeladen bin ok wieder aufgeladen und war nicht mein kill so ein ist das geht ja schon gut los hier gleich ein kill und der zweite wurde mir geklaut ich bin gestern nein bitte nicht töten wir passen warten hier aber hier rechts rüber da ist einer ok weiß erwischt wir müssen verstecken aufladen da kommt der nächste hochgerannt ok wieder aufladen steht der nächste angel angel auf bewegt sich mal gerade nicht richtig hier was ist denn das ok wieder aufladen ich muss noch mit den speer spielen ich brauche ein speer ok wieder aufgeladen ist schnell weg hier warte fack okay und schnell wieder aufladen verstecken zack 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 rein rein in der letzten ecke wo mich keiner findet ja ok die sind ja wo ich bin aber wie war ich sechs kills damit würde ich auf jeden fall unter den gewinnern seien nach nicht mein kill also ist gar nicht gestorben aber ne du kannst mich nicht mehr aber ich dich ha 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 platz nummer drei war also knapp gewesen würde ich sagen ich war der zweitbeste mech also ich war nicht der mech ich habe den zweitbeste mech gespielt sagen wir es so kontrolliert so eine quest fertig nicey guysy das war wirklich knapp weil wenn ich den letzten kill nicht geholt hätte wäre vielleicht einer von den beiden oben gewesen obwohl ich so viele punkte habe ich weiß es nicht das werden wir nie erfahren aber normal hätte ich pqr vererbt bestimmt von mir gewesen bing l er ist in der gede und dann kommt das l also zuerst kommt die gede glaube ich dann das buchstabe alphabet und ja er war ja nicht in der gede deswegen hat er hätte er das wieso nicht geschafft wäre er vor ihm gut dann geht es weiter in der nächste zone bis gleich und die runde 2 kommt sofort fängt an sofort ich fange mit den speer direkt an nicht dass ich wieder hier und ich schießt doch nicht auf mich ich hab doch gar nichts getan noch nicht nein ach mensch dann verstecke ich mich hier immer verstecken da kommt einer bildlichen ein schuss fehlte mist ich bin gleich tot drei nein 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 suba du eierflaume du warst da war der falsche punkt ist ach mensch alles verschossen was ich hatte und immer einen der wand rein gesetzt was war das ist heruntergelenkt so michael jawohl jawohl von links kommt keiner ich krieg hier kein key das gibt es doch nicht hier bringt den stellen um ich habe einen getroffen schnell 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 töte ihn schneller schneller du solltest den töten meine güte habe ich trotzdem einen key gekriegt ich glaube nicht schon wieder falscher platz katastrophe wegen den hier in den fußi was für mich hat er gehabt da war schon bestimmt mit vier sternen oder so der hat doch in meiner liga gar nichts zu suchen hier schauen wir uns den mal an können wir den anschauen können wir nicht kann ich mir den anschauen ne 3 sterne aber ist halt episch naja was solls machst du nichts ist halt so dumm gelaufen nächste runde ok die dritte runde und damit auch die letzte für heute die letzte für youtube für heute wahrscheinlich nicht die dritte runde ach doch ascheloch da da muss ich hin auch mensch Wo bin ich denn jetzt? Schaffe ich nicht. Schaffe ich nicht. Hier will ich hin. Na gut, dann verstecke ich mich hier wieder in der Ecke. Jawohl, nice. Erster Kill mit denen. Kommt einer angerascht, gerascht, gerauscht, gerast. Das ist so einer. So, ein Mist. Ich möchte hier hin. Ich gehe da ein bisschen weiter weg. Okay. Ah, nee, ey. Okay, jetzt so. Mein zweiter Lieblingsecke ist hier. Ah, nein, das gibt es doch nicht. Ich habe ihn fast da umgeschossen und dann wird der Kill mir geklaut. Kein Schuss mehr. Nein! 5 Kids. Ach, das war's. Schon wieder verloren. Schon wieder hier so ein. Die beiden sind ganz schlimm. Also nicht die Spieler, die bei Bots, die, oder Mechs. Die sind schlimm. Wenn einer mit denen spielt, sogar auf dem fünften Platz. Also hat das doch nichts mit der Gilde zu tun, dass die Gilde erst kommt und dann die Spieler nahmen. Guck mal, ich habe mehr Punkte wie der. Eigentlich müsste ich auf dem vierten sein. Naja, okay, verloren hätte ich so oder so. Aber trotzdem. Ich verstehe es nicht. Der Buchstabe R ist auch vor dem S. Also wie wird das jetzt sortiert? Erst würde mich mal brennend interessieren bei Gleichstand, wie es sortiert wird. Ich habe mehr Punkte wie der andere. Also muss ich ja mehr Schaden gemacht haben. Mehr Kills gemacht haben. Kills haben ja gleich viel. Einmal Schaden gemacht haben. Wenn einer von euch weiß, wie das genau sortiert wird bei Gleichstand. Vielleicht mit dem Mech. Er ist hier. Ich habe da keinen Spieler. Okay, er hat den besseren Mech gehabt als ich. Aber das hatte ich auch schon ein paar mal gehabt. Ich hatte einen besseren Mech. Mehr Punkte. War trotzdem schlechter wie der vor mir, obwohl wir gleich gut waren eigentlich. Also ich war besser. Aber der vor mir war schlechter. Nur mit gleichem Kills war er halt vor mir. Egal. Ich habe verloren. Verloren ist verloren. Also daher Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, bis zum nächsten Mal. Dann bei euch, viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.